Hallo und hier eine Sondermeldung. Ja, gestern habt ihr den Server geknackt von der Telekom. Die Telekom hat sich gemeldet und hat mich unterrichtet, dass dieser Download für die Kostenermittlung hier in Thailand 1000 Uploads erreicht hat und dann macht die Telekom dicht. Oliver, der hat sich mit denen in Kontakt gesetzt oder beziehungsweise er hat das Download nochmal hochgeladen. Also die nächsten 1000 sind wieder frei und schönen Dank für das ganze Interesse. Sollte dir Fragen haben, schreib die unter einen Kommentar, kein Problem. Ja und wenn du so eine Basketball Cup haben möchtest, kein Problem, die kriegst du bei mir umsonst. Diejenigen, die die nächsten 10 Bestellungen machen, die bekommen so eine weiße kostenlos dabei gelegt und ich achte auch darauf, wenn die Bestellungen reinkommen, dann gucke ich, wie das mit dem Gewicht aussieht, weil ja auch die Transportkosten nach Deutschland dementsprechend sind. Ich schaue dann, wenn einer 1,2 Kilo hat, dann müsste er ja 2 Kilo bezahlen. Dann nehmen wir entweder 200 Gramm raus, fliege weg oder er tut noch 0,8 Kilo dazu, dass er dann die vollen 2 Kilo hat. Da achte ich also darauf. Also wenn ihr eine Bestellung macht, die kommt dann bei mir rein und dann lege ich das zusammen. Dann sehe ich ja, wie schwer das ist. Und dann bekommt er eine Mitteilung von mir. Und ihr könnt dann sagen, ihr wollt noch was dazu haben. Ihr könnt das ja in der Bestellung neu angeben. Und ja, und dann bekommt er die Sachen. So, jetzt fliege weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.